So, machen wir noch eine Wenn-Funktion, allerdings diesmal kombiniert. Das ist ein bisschen verzwickter, wenn, Klammer auf und, Klammer auf. So, jetzt haben wir hier zwei Aufklammern und zwei Funktionen, einmal wenn und wenn etwas anderes der Fall ist. Beide Argumente müssen erfüllt sein, damit sich dann wieder was ergibt und ansonsten wieder ein normaler Wert entsteht. Also, wenn die B2 größer ist als 20, dann ist die Prüfung bestanden und wenn der Kurs belegt wurde. Halt, wenn C2 ist gleich Ja belegt wurde. So, das ist also die Prüfung und die müssen wir jetzt schon mit einer Klammer abschließen. Und jetzt kommt der Dann-Wert, dann haben wir bestanden. Ansonsten haben wir nicht bestanden. Klammer zu. Also, das ist ein bisschen kompliziert, wenn, Klammer auf und, Klammer auf. Dann kommt das Argument zuerst für wenn, dann kommt das Argument für die und-Prüfung und dann kommt die Klammer zu. Bei der anderen Verschachtelung vorher haben wir ja die Zu-Klammer hinten hingesetzt, allerdings hat man da nur die verschachtelte Wenn-Funktion. So, dann überprüfen wir es mal. Nicht bestanden und wenn wir es runterziehen, dann haben wir hier also die Prüfung über 20 Prozent oder über 20 Punkte und der Kurs ist belegt worden. Dann haben wir hier die Ausgabe bestanden. Hier nochmal die Formel. Also, wenn, Klammer auf und, Klammer auf, Argument 1 oder Prüfung 1, Strichpunkt, Prüfung 2, einmal für das Wenn, einmal für das Und. Und dahinter kommt dann, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind und wenn sie nicht erfüllt sind. Und dann, wie immer, die Klammer auf und vorab, auch für das Bauchstarten. Dann ist die Klammer in der Klammer in der Klammer in der Klammer, dann wird das bemöhnしい, also muss man sich anfangen. Untertitelung des ZDF, 2020